Wir haben es schon wieder geschafft, schon wieder gemacht, schon wieder einer Marke geknackt Ich mein danke, ihr habt mich gestützt, wenn ich down war Gamescom dieses Jahr, hofft ihr seid auch da Gemeinsam haben wir viel erlebt, ich hoffe sehr, dass es auch immer weiter geht Ihr gebt mir Mut, immer nur mit Spaß an der Sache dran Mucke oder Livestream, nichts was mich ändern kann Ich weiß noch, damals es war so ein schwieriger Start Doch ihr habt mich unterstützt, ja bis zum heutigen Tag Und da nur ein Danke nicht reicht, hab ich diesmal dabei, Mann, ein Liebesbeweis Ey, zusammen mit Aros, wir wollen euch belohnen und einer kann sich diese Grafikkarte holen Heute geb ich was wieder, nach all diesen Liedern, habt ihr es verdient Nimm mal Sex nur für euch Heute geb ich was wieder, nach all diesen Liedern, habt ihr es verdient Heute geb ich was wieder, nach all diesen Liedern, habt ihr es verdient Oh, ich danke euch Heute geb ich was wieder, nach all diesen Liedern, habt ihr es verdient Oh, ich danke euch Heute geb ich was wieder, nach all diesen Liedern, habt ihr es verdient Was geht, meine Freunde, ich bin's, Execute Und wie ihr sicher mitbekommen habt, wir haben die 200.000 Marke geknackt Ich meine 200.000 Abonnenten Letztes Jahr, glaube ich, war das Ich glaube, das war letztes Jahr ungefähr, genau von einem Jahr her oder so 100.000, jetzt auf einmal die 200.000 Ich meine, stellt euch mal vor, 200.000 Leute, die meine Musik hören wollen Das ist ja, das ist, das ist unglaublich Also ich meine, ich bin unglaublich stolz darauf Ihr könnt genauso stolz darauf sein, wie ich es bin Wir haben gemeinsam was aufgebaut, ich bin auch überaus glücklich darüber Dass ich eine Community habe, die sowas von zusammenhält, dank der Musik Das ist unglaublich Wenn ich mir andere YouTube-Kanäle angucke, wie viel Hate und Hass in den Kommentaren steckt Und bei uns, da ist Friede, Freude, Eierkuchen Wir lieben uns gegenseitig Und das ist das, was sich so am meisten feiert Ich habe eine Community, die sich einfach liebt Und zusammen mit Asus haben wir uns gedacht Ey, komm, 200.000 Abonnenten, irgendwie müssen wir uns ja bedanken Also komm, wir hauen eine Grafikkarte raus Nicht nur irgendeine Grafikkarte Nein, keine 960, keine 970, keine 980 Sondern eine Matrix 980 Ti Ja, wir verlosen eine 980 Ti Matrix, ne, von Asus auch noch Ich meine, hallo, Asus, Leute Jeder kennt Asus Wer Asus nicht kennt, der hat echt verpennt Auf jeden Fall, wir verlosen eine Matrix 980 Ti So sieht sie aus Ja, wir verlosen eine Matrix 980 Ti Schaut euch das Baby mal an Und einer von euch kann das Ding gewinnen Es ist ganz einfach, ganz easy Jeder hat die gleiche Chance Beziehungsweise jeder hat die Möglichkeit teilzunehmen Es ist unglaublich einfach Unten in der Beschreibung ist ein Link Raufdrücken Mit der E-Mail registrieren Und schon nehmt ihr teil Ihr könnt natürlich eure Chancen erhöhen Indem ihr zum Beispiel Asus Kanal abonniert Mein Kanal abonniert Habt ihr bestimmt schon auf Facebook postet Asus Seite besuchen oder irgendwas Damit könnt ihr eure Chance erhöhen Und fertig Wenn ich daran denke, wie das angefangen hat Das war ja mit dem RPG-Song damals noch Battlefield 3 Zeiten Und jetzt auf einmal lebe ich davon Also das ist auch ein unglaublich geiles Gefühl Ich meine, mein Hobby ist gleichzeitig mein Einkommen Mir geht es gut Meiner Familie geht es gut Meiner Tochter geht es gut Und das ist halt das Wichtigste für mich Dass es allen gut geht Und ich hatte noch kein einziges Mal Irgendwie den Gedanken gehabt aufzuhören Oder so Weil es bei mir einfach läuft Und das habe ich natürlich euch zu verdanken Und als liebes Beweis Machen wir dieses schöne Giveaway Eine Matrix 980 Ti Vom Hause Asus Das ist schon was Das ist eine brutale Grafikkarte Ich habe die Strix GTX 980 Ti Bei mir eingebaut Und die ist brutal Und die Matrix Das ist eine Matrix Die ist auch nochmal brutal Ich meine, das ist gratis Also ihr müsst nichts machen Außer euch registrieren Und fertig Alle weiteren Infos Unten im Link Ich wünsche euch natürlich viel Spaß Und viel Glück Und auf jeden Fall Nochmal Dankeschön Feuersupport Richtig geil Haut da rein Richtig geil Richtig geil Richtig geil